Ja, gut, sagen wir mal, Pubertät. Stronghold of the House White Hill. Ganz schön kaputt. Dafür, dass sie so viel Kohle haben. Sind alle immer nur beschäftigt mit Kämpfen, nix mit Neubau. Lord Roderick. Lady Alyssa. Gwyn? Roderick, kann ich ein Wort haben? Danke, dass du mein Vater beglemmert hast. Ich bin nicht sicher, dass du kommen. Aber es ist eine gute Sache, dass du gemacht hast. Wer sagt, dass du dich bist? Be ehrlich mit mir. Wenn die Dinge blöde sind, bist du meine Seite oder seine Seite? Mein Vater honors Guest Ride, wie du. Du hast nicht antworten. Ich sagte, dass ich versuchte, dass ich mit meinem Vater versuchte. Und du hast deine Sache gemacht, mit Grif. Ich weiß, wie schwierig das war für dich. Aber es wird alles für nichts, wenn du hörst, was mein Vater gesagt hat. Du musst ihn heute ernst nehmen. Das bedeutet, dass du einen Kopf aufhörst und zu denken, bevor du hier in die Begründung bist. Ich bin hier in die Begründung, nicht wahr? Ja, ich glaube, du bist. Du hast einen starken Weg, Frau Gwyn. Diese Wallen haben 1,000 Jahre von Whitehill-History. 1,000 Jahre von Bloodshed. Aber unsere Houses waren einmal nahe, und können wieder sein. So viel unserer Historie hat sich verloren. Wir müssen damit weitergehen. Der Great Hall ist hier. Was sind deine Soldaten erwartet? Sie sind bereit für alles. Wie sie sehen. Der Krieg ist in ihren Händen. Was ist das? Meine Frau? Gib uns einen Moment. Ist das deine Familie? Ja. Kurz bevor Grif geboren wurde. Dein Vater schreit nicht viel, hat er? Er war so. Als meine Mutter noch lebend war. Ist das deine Mutter? Ja. Obwohl ich sie gar nicht erinnere. Sie sterben. Sie sterben, nicht lange nachdem das war. Das muss dich sein. Ja. Du bist ein bisschen wie deine Mutter. Ist das deine Brüder? Ja. Coral sterben von Greyscale ein paar Jahre. Ebert ist in der Citadel. Sie sterben? Kommen. Und Grif, der, nicht geboren hat. Was war das? Meine Brüder, was ist不 nett zu Grif? Er ist rechtbar, glücklich und schnell zu schwenken. Aber mein Vater immer die Händen. Ein Wighthillkir ist ein Wighthillkir, er sagte. Komm schon, wir müssen nicht meinen Vater warten. Wo ist dein Vater? Wunderschön. Ich gehe ihn finden. Ich mag das nicht. Hm, wir müssen einen Weg raus finden. Wir müssen einen Weg raus finden. Ryan for Griff, das ist immer unser Plan. Der Plan bedeutet nichts, wenn wir alle tot. Ich schaue einen unguarded Ex. Sind Sie alles gut? Ich weiß nicht, was Ludd planen. Aber ich werde hier nicht ohne Ryan gehen. Nicht, wenn wir so nah sind. Ich werde nicht nur drehen und ihn abhandeln. Bleib einfach nahe zu Duncan. Wenn Dinge blöd werden, dann ist er die beste Chance, wir leben raus. Mutter, schau an das. Das ist Ironwood. Das ist krank. Ich bin nicht überrascht. Die Whitehills sind immer noch nicht so gut bei der Kraft. Oi! Geh weg von dem! Aberhaha. Geh weg von dem! Hmm, ok. Side Door. Abgeschlossen. Achja. Wie schön, wie schön, wie schön. Brat und Zalt. Warum das alles? Wenn sie uns betrachten wollen. Brat und Zalt würde bedeuten, dass wir von Gästenverwaltung beschädigt werden. Sie wollen einfach nur, dass wir unseren Garten anbieten lassen. Well, I remember the Red Wedding. Robb Stark war ein Feast, und schau mal was passiert. Nicht wie Walder Frey, und nicht wie Stark. Du hast überhaupt keine Böden. Vater, bitte. Können wir das einfach weitergehen? Ich weiß nicht, was ich mit dem? WELL? Und hier hat sich nicht gut gehalten. Es hat sich nicht gut gehalten. Oh, das ist sehr gut. To family. To family. To family. Well, well, well. Where's Ryan? Now, I wanna see Ryan. And I want something too. The Ironwood business is thriving, Roderick. In fact, the Boltons want weapons faster than we can make them. And when Roose Bolton wants something, I like to give it to him. Sounds like you need us. So, in other words, you need our help. Hmph, don't be so damn fool of yourself. You Foresters are headed for destruction, yet you know more about Ironwood than any house in the realm. Would be a shame for all that knowledge to be lost. Help me craft Ironwood for the Boltons, and I'll make sure you Foresters survive. That's absurd. If you think you can threaten us, I'm not threatening. I'm offering. I'm proposing an alliance. You're proposing an alliance. Alliance. An alliance? I said nothing of the sort. He'd make us his slaves. Roderick, this could save your house. I'd consider an alliance. You see what I have to put up with? Just give him time. I told you. I offer you peace, and you spit at it. I offer opportunity, and you demand more. Need I remind you? You kiss my ring? Here's how it's gonna go, Roderick. Either you agree to my terms, or I'll have Griff tear Ironrath to the ground. He'll put it to the torch. This isn't the way to get what you want. Then they can slaughter in your small folk. This one's no longer in charge. Griff's no longer in charge of Ironrath. What are you talking about? He's locked in our darkest cellar, along with your entire fucking garrison. You didn't. You've imprisoned my son. He was there by order of the warden of the north. I will gladly return him. How could you? I'll gladly return him, if my brother returns home. We want Ryan back, and we want him today. Bring the boy! Oh oh. Ich glaub, das läuft nicht gut. Robin! Mother! Roger! You came! Just like you said you were! Ah! No! No! What are you doing? You! Imprisoned my flesh and blood! Mine! Let him go! He's not going anywhere! Listen to her! Don't do this! I swear by the gods that you are! Let him get down! Let him go! Or I'll have Griff killed! This is not what we agreed with! Claim him! Not me! If you wanna see Griff alive again... You think I'd give two shits about Griff? About my fucking fourthborn? I want to kill you right now! Because you foresters never learned! I'm not afraid of you! Just say the word, my lord. Kill me! And we all die! Roderick, do something! Let's kill me! Everyone, please! I'll kill you my son! I'll kill him! Go on then! Do it! What? You think I want? I know you want! Don't test him, Roderick! Just for all your bluster! All your posturing! You care about your son! A whiter! He's still a whiter! You know what, Roderick? You're right! Ryan! Come here! No! We'll make the trade on neutral soil! Griff! For Ryan! Asshon! Asshon! For Asshon! Fine! Now! Get the fuck out of my hall! And the gods have mercy on us both! When the Bultons come for their Ironwood! Now go! It's been a pleasure! It's been a pleasure, Roderick! Hm! I'm so sorry, Roderick! I am from ice! Wir lassen uns nicht unterkriegen! So sieht's aus! There it is! The East Watcher! The East Watcher! The East Watcher! The East Watcher! Now listen up! None of those guards can live long enough to light that beacon! Because if they do, this invasion gets a whole lot fucking harder! Don't drop that! Hmm, okay, nicht schlecht! Eingang 2! Einer da hinten, zwei hier, wieder zwei da, ach du Scheiße! Das sind viele! How many men do you think you're in there? I don't know for sure! At least five, maybe more! To answer your question, too many to fight head on! Das ist wahr! Is that a harpy? Of course it is! Those golden tits are everywhere in this bloody city! If those guards light the rope, the fire travels up to the bowl, and the whole city will know we're here! So we stop them! Hi! Come on, let's get moving! Let's do it! Vielen Dank.